Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 18. Oktober 2021. Ihr hört Geek Talk Daily, 1102. Heute mit den folgenden Themen, Series 7, Mini-Kühlschrank, Canon, Crypto-Mining und Powerbook. Ich starte gleich mit der Series 7. Und was wollte ich dazu sagen? Ja, die Uhr ist hier, die Smartwatch, die neue von Apple in der 45mm Grösse. Und ich bin einfach überwältigt. Ich liebe dieses Teil. Ich liebte ja schon meine 3er Apple Watch und war sehr traurig, als die vor knapp 2 Monaten das Zeitliche gesegnet hat. Also kompletter Glasbruch etc., allem drum und dran. Und bin jetzt richtig happy, dass meine neue da ist. Ich habe viel mehr auf dem Screen, sie ist schneller, sie ist schön, sie ist dünn, sie ist flach, sie ist gross und hat rundere Ecken. Ach, ich werde nächstens ein Video dazu machen und sehe gerade, ich hatte das Thema eigentlich gar nicht hier in der Daily mit drin. Aber dennoch, es passt hier rein, irgendwie. Weiter geht's mit der Huawei Watch. Und zwar der aus Nummer 3. Also Huawei Watch 3, die mit Harmony OS, die hat ein Update spendiert bekommen. Und nach diesem 200 irgendwas, 65 Megabyte grossen Update, kann man jetzt endlich auch auf SMSen antworten. Aber nur auf SMSen. Nicht wie bei Apple zum Beispiel auch auf all die anderen Messengen und mit allen anderen Möglichkeiten. Nee, es geht mit SMSen. Neu auch dazugekommen, die Handwascherkennung. Apple Watch, kennt ihr davon vorher, kann das auch schon länger. Bei Samsung hat man es auch irgendwann mal eingeführt. Jetzt gibt es das auch bei Huawei. Und es gibt neue und zwar kostenpflichtige Watchfaces, die man über den Store sich herunterladen kann. Und oder eben andere Leute da natürlich auch holen können und dann damit Geld verdienen. Auch Geld verdienen wird Microsoft. Und zwar mit dem Xbox Series X Mini Kühlschrank, den ihr ab Dezember irgendwann dann mal bekommen werdet. Aber ab 19. Oktober kann man den vorbestellen. In Deutschland zumindest kann man das, ob es in der Schweiz auch so ist, werde ich hoffentlich nächstens erfahren. 99 Währungseinheiten kostet dieses schwarze oder matt-schwarz gehaltene Box, das im Kühlschrank ist und in grün leuchtet. Wie cool ist das denn? Zum Start damals von der Xbox hat ja Microsoft dem ein oder anderen YouTuber da draussen auch solche riesen Kühlschränke in Form der Xbox geschickt. Das gibt es jetzt wie gesagt in der Mini-Version. Auch mit der Möglichkeit mit Gleichstromadapter ausgesetzt zu sein oder mit aufzusetzen, sodass man ihn unterwegs nutzen kann. Oder eben dann nicht zu Hause im Büro oder wo auch immer. Und vorne habt ihr noch einen USB-Anschluss zum Anschliessen von Geräten, die gerne Strom bekommen würden. Es gibt eine lustige Klage, also lustig ist das falsche Wort, es gibt eine Klage gegen Canon, die, wo es darum geht, dass Kunden die Funktion des Scannons und des Faxens, also solche Multifunktionsdinger, untersagt wurde. Und warum wurde ihnen das untersagt? Weil die Tinte leer war und oder der Kunde eine leere Tinte eingesetzt hat. Wer also nicht mehr drucken wollte, aber dennoch scannen oder faxen wollte, der musste immer wieder mal neue Bindenpatronen kaufen. Ziemlich doof, ziemlich unschön, aber bei Canon schon seit Jahren anscheinend ein Ding, das man eben halt so gemacht hat. Und deshalb werden sie jetzt vor Gericht gezerrt und in den nächsten Monaten, schrägstlich eventuell Jahren, kommt dann raus, ob derjenige, der klagt, die knapp was sind, das etwas um die 5 Millionen Dollar erhält für sein Problem, das er mit dem Teil hat. Twitter-Gründer Dorsey, der auch die Firma Square gegründet hat und pflegt, der hat ein neues Projekt angebundelt und zwar Open Source Mining System. Also die Möglichkeit, dass Private und auch Unternehmen selber kostenlos minen können und zwar gleichzeitig auch noch eine eigene Bitcoin-Börse. Das möchten sie auf die Beine stellen und zwar natürlich unter dem Namen von Square. Das Ganze soll, wie der Name schon gesagt hat, Open Source sein und hoffentlich bald dann mal irgendwann auf den Markt kommen, weil grundsätzlich definitiv nicht die verkehrte Richtung, denn aktuell ist zum Minen eine sehr starke Hardware nötig und Möglichkeiten, die halt nicht jedem gegeben sind. Und zu guter Letzt, heute Abend werden wir ja neue Apple oder ein oder mehrere neue Apple-Produkte sehen können, bestaunen dürfen, wie auch immer. Was es genau sein wird, wissen wir noch nicht. Die Gerüchte sagen sowas wie rund um die Apple AirPods voraus, aber natürlich auch die MacBook und zwar die Pro-Modelle, iMac, ne iMac nicht, aber Mac Mini-Modelle könnten kommen. Was es dann schlussendlich ist, werden wir sehen. Zumindest auf fast den Tag genau vor 30 Jahren wurde das, in Anführungsschlusszeichen, der erste tragbare Rechner von Apple vorgestellt und auf den Markt gebracht. Am 21. Oktober 1991, Entschuldigung, mag mich noch gut erinnern, Damals war ich zwar noch nicht alt, aber ich habe schon das Teil bewundert. Ja, kam auf den Markt, hatte lächerliche 2 bis 8 Megabit, nicht Gigabit, RAM. Und was war drin? Ein 16 Megahertz Prozessor etc. Ein 9 Zoll Display und die Auflösung 640 mal 400 Pixeln. Also an all die Menschen, die nicht so viel mit Pixel anfangen können. Das ist in etwa so gross wie eine Briefmarke, nicht Briefmarke, wie heisst das andere Teil? Postkarte, so rum war das Wort. Genau. Ja, das kam vor 30 Jahren auf den Markt. War nicht ganz das erste, weil es schon im 89 ein erstes Modell gab. Das war dann aber noch ein bisschen schwer, 7,2 Kilo und nicht ganz so mobil wie eben das Powerbook, was im Jahre 91 auf den Markt gekommen ist. Wir dürfen gespannt sein, was es wird und vor allem, wie schnell das wird. Auch im Vergleich zu dem älteren Modell. Morgen wissen wir mehr. Und wenn alles klappt, werde ich euch darüber natürlich dann auch berichten. In diesem Sinne, besten Dank fürs Reinhören, euch einen schönen und erfolgreichen Tag und vor allem einen guten Start in die Woche. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.